Come on, Float, Sutton, und sind bros, sie sind blöd bros. Dass wir all die kleinen Fucker mitnehmen, irgendwie. Aber wieder eine Lektion gelernt, ne? Ja. Mein Gott. Das geht doch nicht. Ach, ähm... Den können wir nicht nehmen, ne? Oder hättest du die beiden mitnehmen sollen? Ja, können wir noch weiter zurückgehen? Das wäre interessant. Ne, in dem Raum, wo du gerade warst, wo du die zwei eingesetzt hast, um die Tür aufzukriegen. Dass du die beide mitnimmst, oder? Dann kommst du auch nicht weiter, oder? Ich weiß es nicht. Ähm... Ne, ich muss nochmal einmal komplett rum, dass ich an die Stelle komme, und dass ich dann... Ne, du verstehst genau, was ich meine. Jaja. Ich denke schon. Er schub der Whoop. Quasi. Was? Du verstehst schon. Ist das so ein kölscher Ding? Nein. Schub der Whoop ist das gleiche wie... Armour, fire and my laser! Ne. Doch. Nicht wirklich, ne. So. Und nun... Kommen wir irgendwo hin. Ist doch schon ein anspringendes Spiel, ne? Aber hallo, ist es das? Ähm. Und immer schön dieses Meeresrauschen. Du meinst diese diversen Geräusche, die hier überall sind. Also ich höre Meeresrauschen so im Hintergrund. Ja, jetzt gerade Meeresrauschen, aber war der auch schon Frosch, der quarkt? Echt? Ja. Ich habe die Kopfhörer nicht so ganz auf, deswegen... weil meine Ohren tun, dann finde ich weh. So, jetzt geht die Tür auf. Jetzt nehme ich den mit. Mach die Tür wieder auf. Nehm den wieder mit. Ja, das wirkt doch nicht so falsch, oder? Ja, ne. Jetzt kommen wir da durch. Und jetzt... Ach, können wir den ersten Motherfucker wieder mitnehmen? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Ne. Ah, ja, stimmt. Das ging ja auch. Ja, hast du ja vergessen, ne? Ja, ja. Gut, dass du schon einen klugen Kumpel hast, der Abitur hat und so. Und zielen kann. Ja, fick dich doch! Und jetzt haben wir vier Stück. Cool. Naja, eigentlich nur drei. Jetzt halten wir hier die Tür auf. Okay, ja, dann haben wir vier. Jetzt können wir die Tür aufmachen. Nice! Ja! Ich habe hier ein Rätsel gelöst. Ich habe keine Ahnung, ob es mir was bringt. Bisschen wie... Kennst du The Cube, äh, Cube, den Film? So ein Sci-Fi Horror? Ja, ja! Volle Kanne Cube! Aber hier muss ich grad voll dran denken, wo sie auch nicht wissen, was in dem nächsten Raum wartet. Nur, dass hier noch nicht überall der Tod lauert. Ja. Moving forward, may we cry, making the most of what you've got. Yay! Ah! Ah! Guck mal, wo wir sind! Ah, nee, das ist ein anderer Raum, aber ähm... Jetzt hast du die grüne. Aber die blaue nicht mehr. Ich... ...frag mich, ob das gut ist. Jetzt kannst du die hier wieder nehmen, ne? Oh. Ah, hold. Dann hättest du jetzt mehr wahrscheinlich. Dann lass es einfach noch mal probieren. Das Spiel ist ja sehr... von... ...Learning to Draw. Geht nicht, ne? Na gut, dann... Äh, äh... Ähm, ich kann jetzt scheinbar zeichnen. Okay. Ah, äh... Ich brauch mehr! Give me more! Give me more, give me more... Huhuhuhuhun! Genau! Oh so. Ähm... Die Frage ist jetzt, brauchen wir... ...müssen wir wirklich, äh... ...das Ding jetzt ausfüllen? Also... Ich würd sagen, als erstes müssen wir das ausfüllen, weil mehr können wir nicht ausfüllen, oder? Wahrscheinlich, ja. Das ist alles zu viel. Genau. Wir kommen an diesen großen Bunker noch nicht dran. Nee. Ja. Hm. Moment. Idee. Ja. Das dachte ich mir auch grad. Wir müssen nicht das ganze Ding voll machen, sondern wir müssen nur die... ...die nicht immer so weit ziehen, wie wir kommen. Dann können wir von hinten wieder aufzäumen, oder? Nee, du kommst nicht rein, deswegen. Doch, doch, doch. Ich glaub... Ach. Jetzt haben wir noch weniger. Ja, wir können den Raum wieder von vorne anfangen. Das ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir noch weniger. Ach, du bist immer nur... Wir haben nur noch 30 Minuten, Dominik. Wofür überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst. Genau. Jetzt haben wir viele, oder? Relativ. Ja, nimm die noch alle mit. Jetzt haben wir viele, ne? Jetzt haben wir einen Haufen. Ja, ich glaub, die reichen immer noch nicht. Du darfst nicht aufhören. Ah, okay. Mann. Alter, kack mich nicht dauernd so an, weißt du's? Ja, ist es so schwer, das einfach durchzuziehen? Ja. Ah. Ah. Hahaha. Zwei. Okay. Aber wir müssen... Wir wissen, was wir machen müssen. Ja. Aber ich glaub, wir schaffen das Spiel nicht. Nee. Krass, wenn ich das... Boah! Du bist immer... Lass mich doch einfach! Du bist total gemein! Ja, bin ich! Ich erkenne dich gar nicht wieder! Das ist das Spiel. Das macht einen aus... So. Oh. Jetzt aber. Und ja, ich werd's in einer Linie durchziehen. Hoffentlich. Ja, Mama. Ist okay? Ja. Ja? Ja, ist okay. Mach doch einfach. Toll! Immer muss man dir alles dreimal sagen. Super! Räum dein Zimmer auf. Du kannst mir gar nicht sagen, was ich machen soll. Solange ich unter deinem Zimmer bin. Ich habe ein paar... Wenden wohne! Wenden wohne! Ah ja! Endlich! Du dich verkackst. Alles meins! Alles meins! New skills enable further progress! Dankeschön! Dann kann ich hier alle wieder mitnehmen, ne? Vermutlich, ja. So. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen Scheiße. Inhalte. Einerer Lager steht so, wer mit drei Möglichkeiten... Ne, nehme ich mal den kleinen Weg. Ne, da sind das Ding, alle Dinger verlieren sie sind. Das selten verliegen Scheiß, wir wissen. Deswegen muss ich sagen... Da hast du die Tür, geh mal doch da wo die Tür, ja? Geh mal da wo die Tür. Ja. Ja. So. 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 Was wurde eigentlich aus dem pinken Stein? Wir haben schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn auch. Jetzt fehlen mir gleich schon wieder drei oder so. Ne, du hast mehr als genug, glaube ich. Du hast immer noch so viele guckt. Wenn jetzt die Frage, kann ich alle bis auf den wieder rausnehmen? Ja, ne? Theoretisch nicht. Nein, okay. Das geht nicht. Oh nein. Jetzt musst du. Ich glaube, wenn du von der anderen Seite anfängst, dann geht das. Oh? Ja. Ja, das geht nicht. Oh, doch. Ich glaube schon. Ja, aber. Das Mastering-Skill-Requires-Practice. Oh. Halfway through is halfway finished. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Oh Gott. Wir haben noch 20 Minuten. 27. Ja, nächstes Mal bei den Blöd Bros. Noch weniger Zeit. Geht. Ja.